Scheiß! Ich renne, glaube ich, gerade im Kreis, oder? Renne ich gerade im Kreis? Ja, ich renne im Kreis. Toll. Ganz tolle Wurst. Ja, ihr seht, ich reg mich manchmal auf und dann... Und dann wieder nicht. Und dann wieder doch. Und dann wieder nicht. Okay, jetzt gehen wir links lang. Ich bin Babysonic. Okay. Oh, und ich habe Powerschuhe mit Babysonic. Und ich kann genauso hochspringen, wie der nochmal... Ja, damit rechne ich auch voll. Ich bin wieder großer Sonic. Achso, und jetzt gehe ich hier... Ja, ich will da rein. Gehst du doch mal rein. Bin ich auch großer Sonic. Was soll das? Achso, hier muss ich hin. Das wäre dann zweite Möglichkeit gewesen, hier auch zu... Oder falls... Alles tötet. Alles tötet. Alles tötet. Ich möchte jetzt... Okay. Dinge. Dinge. Freie. Okay. Na, nochmal. Na? Du schaffst das. Komm. Kollege. Ja. Die Assoziation. Und jetzt klingelt meine Uhr auch noch. Beim Aufnehmen. So, ich muss mich in die Mitte stellen. Und stellen wir uns aber da rauf. Ah. Ah, okay. Ich kann aber nicht hochgucken. Okay, jetzt kommt der. Okay. Hier. Da auch mit der Nächste in der Mitte. Das erinnert mich irgendwie an Marvel's Company. Ich freue mich einfach mal so vieles erinnert hier. Das ist ja schlimm. Und Goal. Mir alles egal. Tschüss. Und weg. Ich hoffe, dass das jetzt die letzte Welt ist. Also, ich möchte wieder ein Sonic-Spiel für mich verbuchen, das ich ganz alleine geschafft habe. Das war voll abgefuckt, aber Gott. Das Einzige, was ich mit allen Emeralds geschafft habe, war da soweit ich weiß, der erste Teil. Ich glaube, das habe ich gepackt gehabt. Aber gut. Ich glaube auch um LP. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich bin mir eigentlich... Doch. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir eigentlich sicher. Würde ich gerade sagen. Und dann habe ich gemerkt, wie dumm das wäre, wenn ich das sagen würde. Und dann habe ich es doch trotzdem noch gesagt, weil ich dachte... Ist das fies. Ja. Ist das ein fieses Spiel. Ist das ein fieses Spiel. Goddammit. Und nochmal so eine Kacke. Wozu bin ich unsterblich, hä? Oh Gott. Wozu Unsterblichkeit? Ja. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Komm. Nein. Spring. Nein. Spring. Spring. Ja. Weg. Und los. Weg. Durch. Danke. Und. Endboss. Wow. What the fuck. What the hell. Nicht diesen Move. Bist du dumm? Durchblick verloren. Achso. Ich kann hinten und vorne lang. Ja. Hallo. Tschüss. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Weg. Tschüss. Danke. Mehr Ringe. Oh Gott, hab ich Angst. Das Level geht mir schon richtig auf den Pisser. Und es kommt auch bestimmt noch ein Boss. Oh Gott. Die Robotnik Maschine. Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Was machst du? Ich hab keine Ahnung, wie dein Pattern ist. Kann ich dich anspringen? Nein. Schön. Oh, ich fahre meinen Ring wieder auf. Ich weiß zwar nicht, wie ich ihm das Ding da abgeschlagen habe, aber ich hab's getan. Ah. Ich brauche meinen Ring. Und tot. Schön. Schön. Haha. Nee, diesmal falle ich nicht auf euren Scheiß rein. Aber was war das? Auch von Sterblichkeit. Ja. Nö. Vielleicht gibt's ja auch noch einen anderen Weg dahin. Ja. Nö. Ich lande wieder hier. Schön. Weil ich wieder dumm bin wie ein Stück Strom. Wie ein Stück Stützstrumpf. Oh Gott. Okay. Ja. Und weg. Und jetzt müssen wir wieder nur Glück haben, dass wir wieder so geil durchkommen wie eben gerade. Ah, okay. Oh, ist doch gar nicht so schlimm. Ah, doch. Schön. Ja, so läuft das. Noch ein Leben verballert. Ähm. Hm. Also, ich probiere das nochmal oben lang. Mal gucken, ob es da auch irgendwie noch einen Weg gibt, der mich nicht abfacken will. Nö. Okay. Und runter. Und. Okay. Da waren schon wieder Stacheln. Alles hier lang? Ah, okay. Na, los. Okay, und los. Okay, ich bin drin. Okay, was muss ich denn machen, um mich umdrehen zu lassen? Komm mir nicht zu nah, du Spaten. Danke. Ich würde mich umdrehen lassen. Komm. Drehe mich um. Was habe ich denn gemacht vorhin? Ah, klappt nicht. Okay. Okay, jetzt gehe ich hinten lang. Ich denke mal, hier ist es sowieso wieder scheißegal. Nee, ich muss mich natürlich wieder auf die andere Seite drehen, weil ich sonst dadurch die Wand nicht durchkomme. Ah ja, na, klasse. Okay. Okay, ich will nicht da rein, weil ich weiß nicht genau, wie es geht. Okay, ich glaube, ich muss da links drücken. Keine Ahnung. Okay, jetzt kommt erst mal wieder der Vor-Battle. Okay. 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 Okay, hat nicht geklappt. Okay, einen haben wir. Und da haben wir ihn auch. Alles klar. Gut, der Vor-Battle ist auch okay. Und wisst ihr was? Da ich sowieso unendlich Continuous habe und bis hierhin irgendwie immer wieder schaffen werde, werde ich hier einen Safe-State setzen. Es wird es mir nicht vereinfachen. Ich denke, das kriege ich auch öfter hin. Ich habe jetzt einfach noch keine Lust, den Scheiß jedes Mal neu machen zu müssen. Falls ihr mal böse auf mich seid, seid es halt. Mir ist es egal, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt wissen, was er hier kann. Okay. Wie kann ich dich treffen? Okay, ich weiß es nicht. Ich muss einmal mich treffen lassen, soweit ich das verstehe. Kommt er gleich runter da? Den Digga an der anderen Seite oder hier? Hier da. Okay. Und dann gehst du bis in die Mitte, nicht wahr? Und dann... Ich weiß es nicht. Muss ich meine Ringe auffahren? Du hast nur noch zwei Dinger. Komm, Kollege. Jetzt kriegen wir dich am Sack, Mann. What the hell? What the hell? So. Ich muss meine Ringe aufgeben, glaube ich. Ja, genau. Ring. Ring. Ring, komm her. Danke. What the hell hast du vor, Junge. Ich verstehe ihn nicht so richtig, was für ein Pattern ist. Nein. Komm jetzt. Treff ihn. Ach, Sozialer. Amy, alles klar bei dir oder what? Gib mir mal Ringe. Wieso willst du mich heiraten? Nein, Mann. What the hell? Das... Ey, Abspann. Was ist das oder what? Okay, ich habe den Safe-State nicht gebraucht, Leute. Und die anderen Safe-States, die ich benutzt habe, waren nur wegen Sound. Also habe ich mich sogar benachteiligt. Oh gut, gucken wir uns den Abspann an. Okay, er hat die kleine Amy gerettet. Und läuft schneller weg. Würde ich auch tun. Ihr geht's gut, passt schon. Umbringen müssen wir sie nicht, aber rumhängen müssen wir unbedingt mit ihr. Alles explodiert. Kannst knicken, Robo. Ivo, Alter. Kannst du knicken, Junge. Kannst woanders rumeiern. Heckman. Egal, ähm. Ja. Ich gucke mir das Ende jetzt erst mit müdlich an. Aber ihr seht, es ist trotzdem ein relativ guter. Gutes Ending. Aber es ist halt nicht das beste Ending. Wunderschön. Warum sie hier Pflanzen genommen haben, verstehe ich immer noch. Ich fand die Tiere viel sympathischer. Warum konnte ich sowas nicht? Ich weiß nicht, ob es gut cool war. Aber es ist halt nicht, dass die Mons ب Ja, das Rennen nochmal mit dem Metal Sonic Nicht Mecha Sonic, Metal Sonic ist das, ne? Oder ist es andersrum, ich weiß gar nicht Ach, kein Plan Ja, gut, okay Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann kann ich jetzt ja mein Meine abschließenden Wörter Meine abschließenden Wörter, genau Meine abschließenden Worte sagen Es ist ein seltsames Sonic, aber Es hat mich am Anfang total verwirrt Dieses Past-Future-Geraffel, nett Ob es unbedingt nötig ist, weiß ich nicht Also vielleicht hätte eine Zeit gereicht und nur der dritte Welt Hat seine Futures, würde reichen Aber ganz nett, dass man das auch so lösen kann Die Bonusrunden Eigentlich ganz cool, mal was anderes Und gerade beim zweiten Teil Fand ich, hat es einfach zu viel mit Glück zu tun gehabt Oder beziehungsweise man muss das einfach kennen Hier ist es einfach ein bisschen Übung Ich hab mich jetzt dumm angestellt Hab nicht eine einzige Bonuswelt geschafft Mein Gott Naja, Pech Auf jeden Fall würde man Time Emeralds kriegen Wenn man alle sieben hat Ja, dann würde man halt auch immer die gute Future bekommen Und müsste sich nicht mehr um die Maschinen kümmern Ähm Ja Ansonsten fand ich es ganz nett gemacht Äh, ich hab die Endbosse trotzdem relativ schnell gepackt Also Die Endbosse waren jetzt nicht so hart Das Rennen hat mich wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt Ich denke mal, da kann man sich richtig aufhängen an der Scheiße Ähm, ansonsten Denke ich mal, besteht die Schwierigkeit Das wirklich mit dem anderen Ending noch durchzuspielen Also wirklich die ganzen Emeralds zu schaffen Allerdings 50 Dinger in den ersten sieben Runden Das schafft man schon Und dann muss man, wenn man es drauf hat Kriegt man das auch gebacken Try again Äh, nö Kein Bock Was ist das? Ein Wurbel Hm Okay Ich denke mal, das ist das Was jetzt so das schlechtere Ending an Aber ihr habt trotzdem alles gesehen Es würde nichts Neues dazukommen Also die letzten Welten würden halt immer ein bisschen anders aussehen Die Endbosse trägt zum Beispiel Der erste Endboss trägt zum Beispiel Pink statt allem anderen Und, ähm Ja, ich bin froh, dass ich wieder ein Sonic-Spiel durchgespielt habe Und, äh Ich denke, ich werde es mir auch nochmal geben irgendwann Aber das werde ich dann nicht mehr aufnehmen Gut Äh, das sollte dann auch der Ending-Screen sein Tschüss und schöne Tage noch in eurem Leben Bis dann Ich hab euch lieb Der Igel Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh